und herzlich willkommen zu minecraft miro 5 mit dabei ist der jordan jonge bei mir ist aber der gute linus my way aber fast ein krasses gehen hier daneben mir der blaue wir wollen kills machen er nicht auf martin das ging letztens ein bisschen schief und wir wollen versuchen einfach die zwei hier vorne zu killen und dann einfach weitergehen die hier oder wollen wir direkt auf stein gehen nein nein wir haben keine schutzzeit definitiv nicht definitiv nicht ich gehe zu birke hier vorne siehst du meine birke da ich lauf dir einfach hinterher erst mal ist diese birke die nur helft ihre blätter hat kann sein links unten hat die keine blätter ich weiß es nicht ich lauf dir einfach mal hinterher erst mal aufs noch zwei ja ja wir haben essen am anfang hast du keinen falschen an kriegst ja hab ich also ich habe keinen gekriegt wo meinst du einfach ab einfach ab einfach ab einfach ab einfach ab ich weiß halt nicht wo du bist ich will auch neben dir mach du workbench ich baue noch ab du workbench du musst schon workbench machen hier macht er sich selbst bist du am schwert wo bist du komm her nehm dir nehm dir ist was wasser ist wasser komm mit komm mit komm mit komm mit warte 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 komm jetzt komm jetzt warte hier sind die hier sind die hier sind die hier sind die ja äh warte kurz auf mich und zwei leute sind hier ja unter dir sneak 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 hier sind drei hier sind drei drei ist verrückt sneak sneak da vorne sind zwei und hier unten ist einer hier unten ist einer ich hoffe ich hoffe ich hoffe ich höre es sind die gut ich weiß es nicht wer ist das wir holen nix oder sowas wer noch wer noch keine ahnung ich weiß es nicht ich will es nicht riskieren wir gehen drauf wir gehen drauf kommt auf die betont warte인가 warte 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 jenna dmitend einAод ein zwei clicks infos s f die ihr ind er ist Hol den unten da ab. Ja, Junge, Digga, ich hab Angst. Da sind zwei halt. Das ist einer. Das ist einer. Das ist einer. Jawohl. Stark. Good game. Okay, jetzt hier Steine abbaue. Jetzt hier Steine abbaue. Ich baue mal über uns zu. Stark, Digga. Vier Kills. Digga, Lightmap ist nicht an bei mir. Alles gut. Wie viel Essen hast du? Ich gebe dir alles. Hier. Ich mache Steinsachen. Ach, Bruder. John, wir haben 40 Sekunden gewollt. Sneak einfach durch. Ja. Ich wollte wenige noch nehmen. Digga, mein, ich habe gerade safe einen 180er Puls. Es lebt einfach keiner mehr. Nee, du hast noch nicht aufzusingen. Alles gut. Ähm, Digga, ich kann nicht mehr gerade... Ich habe jetzt keinen Bock von Martin oder so geholt zu werden. Ich hole noch zwei. Hast du Lightmap drinne? Äh, ja. Nimm. Ich sehe einfach gar nicht. Warum ist Lightmap drin? Ist alles gut. Ich baue uns hoch. Ich baue uns eine Treppe hoch. Ich habe Holzen so. Also alles gut. Ich habe auch einen Apfel. Ja, nice. Ich habe zwei Blumen. Guck mal hier. Die habe ich dir geschenkt. Wenn du so tot bist. Okay, da oben ist es. Äh, bau dich selbst hoch. Bitte. Äh, sind hier zwei frei? Baut dich daneben. Baut dich. Baut dich. Baut dich. Baut dich aber daneben. Baut dich noch. Baut dich auch nicht. Baut dich auch nicht. Baut dich nicht abholen. Wie viel gebratenes Essen hast du? Äh, fünf. Okay. Brauchst du was? Lass ihn noch ein paar Tiere mitnehmen. Lass ihn noch ein paar Tiere mitnehmen. Ja, Alter. Mein Puls, Digga. Sag mal, wie viel? Ah, ich habe einen Kill bekommen. Top. Ich habe vier Teamhills. Ja. Also ich habe gesagt, heute mindestens zwei. Jetzt habe ich alles, was ich brauche. Ja. Einfach weg hier. Ich habe es dann eh ein paar Re-Join. Also Nach-Join. Ja, der Mate von Moist-Kid oder so wie der heißt. Der Joint nach. Halte ich eigentlich nichts davon, aber egal. Ja, also. Wirst du sonst keinen? Werden noch Nach-Join. Oh, ich dachte gerade hinter uns wäre ein. Ich dachte gerade, Paranoia, Digga. War keine Reine mehr. Boah. Ja, das ist ein Schwert droppen. Gedroppt. Ja. Ab wie viel soll ich essen? Ich habe vier Hungerweilen. Esst das gebraten halt, wenn du Video kannst. Ich habe halt sieben Stück, so, weißt du? Ach, du hast sogar noch mehr? Ich habe sieben Stück gebraten, das. Brauchen wir Kier, bist du? Nee. Wo bist du? Wo bist du? Äh, komm zurück. Seh ich, seh ich, seh ich. Geh aber weiter, geh jetzt weiter. Hoffentlich ist hier niemand. Wir brauchen noch Zuckerrohr. Ja, ist gut. Uns selber können wir aber nicht hinten, oder? Nee, jetzt einfach weiter durchrennen, bis du Zuckerrohr finden. Ja. Ich würde so an eine Wasserstelle gehen. Ja, hier, das haben wir hier vorne weiter. Das tut es, wir haben das gebraten Essen von jedem anderen bekommen. Ja. Oh, ich habe den Scheinler getroffen. Ups. Äh, Reefs. Und die Lichtqualität bei mir ist gerade so kacke. Ein bisschen in der Facecam, aber egal. Licht nicht angemacht. Ja, ich glaube da vorne ist Zuckerrohr. Nice. Wind, zwar, ja, hier, ich hole es mir kurz. Ich nehme hier noch die Kuh mit. Haben schon mal ein 3, also zu Notaniel. Ich habe gerade voll Paranoia, weil ich einen Namen gesehen habe, aber es war deiner. Ja, lassen wir weiter jetzt. Oh, wo bist du hin? Ah, da. Hier, das Zuckerrohr. Das Zuckerrohr. Wir haben so viel, das sind wir jetzt hier am Wasser entlagen, weil wir werden hier so viel Zuckerrohr finden, weil es keinen Spielarton mehr gibt. Wie gesagt, ich würde sagen, es schon, vielleicht mag es mal 5 bis 10, glaube ich nicht. Na, 5 höchstens. Ich glaube, 5, ich glaube, 5, ich glaube, da wird alle nachschauen lassen, weil es einfach keinen Teilnehmer gibt. Ja, wäre auch dumm, wenn nicht. Aber, Digga, das ist nicht mal, wie wird, es liegt gar keiner mehr. 1, 2, 3, 4, 5. Es lebt nur noch Martin, Flo, also Team von Martin, Team von Flo, Thomas alleine und wir. Ja, also, und wir auch. Ja, wir hatten auch drüber geredet, dass der Maid noch nachschaut. Sorry. Und jetzt noch den Rest killen. Also, so viel zu können wir mit dem Level 30 Uncharted, ne? Yes. Ich habe noch 2 gebraten, ne? Ich habe 11 Leder. Das passt schon gut für Bücher. Boah, das war ein Traumstart, Bruder. Das war echt ein Traumstart. Diese Ex-Jong und das Schiss da reinzugehen. Ich dachte, da war echt nur einer drin. Zum Glück hast du gesagt, dass da 2 drin waren. Ja, ich bin da aber reingegangen, weil, äh, nochmal, oh, boah, sag doch was. Digga. Junge, Alter, sag doch was, du Vollidiot. Alter. Ich habe es gesehen. Ja, du springst einfach Paranoia da rüber, Alter. Ja, normal. Ich war schon beim letzten Mal einfach da rüber gesprungen, ja. What the fuck, Alter. Wo bist du? Kannst ruhig springen, ne? Oder hast du nicht Glück essen? Ich habe nur noch 2 gebraten, ne? Ja, da kannst du ruhig nutzen, kannst ruhig durchspringen. Wir haben die Zeit, wir haben die Zeit dafür jetzt. Ja. Nur die Sache ist, wo wollen wir noch, wie weit wollen wir laufen? Einfach so weit wie es geht. Ja, wegen Border und so'n Scheiß. Ich würde sogar hier, ich, ja, können wir draußen zurückgehen. Ich würde sogar, guck mal, wir haben uns freier Feld, wir werden keinen mehr finden. Wann lass die Pferde noch klatschen, wegen Leder? Nein, nee, das brauchen wir nicht mehr, Digga. Das ist ohne sich, das dauert zu lang, das dauert echt zu lang. Ja. Ah, keine Ahnung, vielleicht finden wir ein Dorf oder sowas. Ist ja freie Fläche, ist ja freie Fläche. Ja, ja, kann sein. Dass einfach alle gefunden sind. Oh, jawohl, zum Zuckerrohr. Leben wir noch 1, 2, 3, 4 Teams. John, zum Zuckerrohr bis zum Gehtnischmehr. Und fürde. Hä? Fürde. WTF? Hat der das gerade von selber gegessen? Beim Sprinten hat er das einfach selber gegessen. Ah, ich habe schon 25 Zuckerrohr, ne? Nice. Jetzt habe ich 27. Ich gucke aber hier den Sumpf durch, okay? Ja. Aber du schon mal Holz ab. Ich klatsche nach die ganzen Kühe. Da hinten ist auch noch Zuckerrohr, wo bist du überhaupt hingerannt? Ach, da, ich sehe dich. Bleib, 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 bleib. Ich brauche noch mehr Holz ab. Komm, wir, ich mit meiner schönen 3 und jeder hat mir nur seine flabberigen 1. Ey. Ich bin die Nummer 1. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w? Gut, die Zuckerrohr hast du. Da wir Pilze mitnehmen? Nee, unnötig. Ich hab 25 äh 25 äh Fleisch umgebraten der 31er Schweinessig umgebraten nur Wo bist du? Oh ruhig äh du holst jetzt ja mal bitte wo bist du? Ich weiß schon mal wo du bist Aber ich weiß halt nicht wo du bist Du musst einfach Holz abbauen Ne das macht mir halt Paranoia weil wenn ich nicht weiß wo du bist und dann auf einmal irgendjemand noch Ich bin noch ne Hintje Ich seh das Ich würd sagen jeder 5 Logs Ich hab ja noch 12 aber trotzdem haben wir zur Sicherheit Sollen wir Saplings mitnehmen falls wir unten Holz brauchen? Ne 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 Ich würd jetzt langsam auch mal nach unten gehen wegen Stuff, Dias und so Ja alles wieder Ruhe Geh komm mit Jetzt sagen wir mal hier rum Ja wir bauen uns nen Berg runter Ja das Ding ist halt die Overworld kann man nicht die ganze Zeit erkunden weißt du Unten kann man die ganze Zeit Deshalb würd ich erstmal die Overworld müssen erkunden Ja Zumindest bis zu Ende dieser Folge Bist du eigentlich gut in Dias Farm? Hast du Glück? Ja meistens schon das ist halt unterschiedlich Wo bist du hingerannt? Weiter Digga hier ist so ne riesen Schlucht Digga Geh mal außen rum Du musst schon mitrennen Ja Ich hab ja keinen Plan wo du bist Das ist halt so die Sorge Ich hab ja keinen Plan wo du bist Das ist halt so die Sorge Was heißt die Die Tauchst einfach irgendwie aus dem Aus dem nichts auf Du musst mich ja einfach nur verfolgen Weil ich die Kuda noch geholt Oder was das auch war getötet hab Jetzt wird's nachts Boah hier ist noch ne Sorge Das Ding ist hier für Level 30 anstatt das ist perfekt Das ganze Zuckerrohr weißt du Mhm Passt halt auf wie nen Creeper jetzt ne Ja deswegen In den Zombies Boah Digga Bei Creepern hab ich gerade irgendwie ein bisschen mehr Angst als vor Spielern Ja Bisschen Slime WTF Ah wir ignorieren den Scheiß Ich glaub hier seh ich nicht den Zuckerrohr Uff Noch 4 Minuten Lol Ja deswegen ja Ja das Ja doch zudem glaub mir Komm einfach mit Ob die Zeit so schnell vergeht Da vorne ist ne Zuckerrohr Uff Auf jeden Fall RIP für die Leute die tot sind Ich hoffe das Projekt hat euch Spaß gemacht Die äh Die äh RIP an Bärnox Die äh Eine Minute zu spielen Zeit Ok komm ich würd sagen wir gehen in die Cave davon die wir da gesehen haben Cave So Ja Die setzt mich äh Hier die hier War das die hier Kann sein Ja ja die sieht gut aus Ja hier ist Kohle und so Ja Dann baue du mal die Kohle bitte ab Hier an ihm schon das ganze erste Eisen Immer mit F5 oder was du in Tasse hast immer gucken von hinter dir falls du brauchst Ja Ja Ich glaub 3 kills ist das meiste was ich in der ersten Folge hatte ne Ich glaub das ist neuer Ohne Witz ich glaub für ne erste Folge ist das neuer Rekord Top Top Also ne ne vier Kills sorry Vier Kills Äh Team Kills Ja Ich hab schon neun Eisen Ist so dunkel gerade Ja pass einfach auf mach nächste Folge einlappern Ja Deswegen hab mich grad gewundert warum das hier drin ist Bist du schon die ganze Hülle durch? Jaja Pass also ich war mir grad gut Eisen ne Ich hab gleich genug gefahren Das Eisenhöhlen Ja Lass mal gleich dann irgendwie Öfen oder so machen Du das ganze Fleisch Eher Rüstung erst mal würd ich sagen Eher Rüstung auch und so ein Scheiß Ja ich hab schon genug für Polarion und ein Schwert So Ok ich mach zwei Öfen und äh brach schon mal mein Eisen Ich hab zwei Discord Nachrichten lecker Ich kann nur sagen dass du mich getötet hast Hier kann ich mir gut vorstellen dass äh Weranox mir geschrieben hat Ich hab nur sagen dass du mich getötet hast Ja diesen Weranox den hab ich gekillt Ja Weranox und Voranox hast du beide Ich geh auch nicht Du hab mich gekillt Du hab mich halt voran als du mich nicht killst Ja Ich muss mir mal kurz Paar Fackeln machen Äh komm mal Sven Koordinaten 790 und minus 620 Digga keine Ahnung Ich kann kurz nicht gut lesen 790 und minus 600 720 Diesen Skill werde ich jetzt killen Das war's Haben wir einen Skill gekillt alles gut Äh welche Koordinaten 790 Ah ich seh dich ich seh dich Ich nehm mal die Fackeln wieder mit So offensichtlich Ja ich seh dich Ja ich seh dich Ja ich seh dich Ich guck mal kurz Ne Ich denke es ist nicht drin Mach schon mal Eisenschützsacke 30 Sekunden Kick Das war jetzt echt dumm von dir dass du die Koordinaten einfach so gesagt hast Nein absolut nicht Digga Keiner wird Junge du denkst du echt von diesem Tinyman Mit uns wer snipen fallen Dann sind wir eh 3 Folgen produziert Das bringt eh nichts Bei Martin könnte ich es mir vorstellen Nein Martin ne Das ist faul Das war mit der Folgehaut rein und tschau Möcheln Möcheln Möcheln